Hallihallo Löhle, hier zurück zu Sacred. Wir haben das erste Element der Lüfte geholt. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rauslatschen. Also alles wieder zurück. An den ganzen kleinen Mobs hier vorbei. Lassen wir einfach stehen. Da, 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 da. Ach, wo ging ich denn lang? Mann, was da? Da, 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 da. Ja, falle auch noch rum. Komm, falle auch noch rum. Oh, schön. Eben kurz was zu dir angucken. Alles klar, alles okay. Weiter geht's. Dann machen wir als nächstes die ruhende Zwergenstalle. Erst mal ein bisschen höher. Das dürfte, glaub ich, ganz nützlich sein. Lassen wir mal ein paar Frostriesenplätten hier. Da legen sie sich ein nach dem anderen schlafen. Oh, sorry. Ich musste kurz niesen. Ach, nee, du. Da, 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 da. Drei. Drei. Drei rote. Das gibt XP. Da stehen wir nun. Er und ich. Der Scholke und sein Henker. Alles mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Und die noch. Mein Gott. Komm her. Riese. Oh, ich bin sehr auf ihm weg. Hab ich noch nie gehabt. Mein Gott. So. Das müssen wir noch, glaube ich, hier. Da unten. Jetzt gehen wir ein bisschen Stückchen zurück, wo das viel schneller geht. Und gehen hier in den Teleporter. Da oben ist er. Da oben ist er. So. Was ist los? Hä? Geht nicht. Ach, meine alte Russi. Ja, da müssen wir es mal verkaufen gehen. Also, nach Porto Ballum. Da ist er. Äh, ist nach Porto Ballum. Äh, ist nach Porto Ballum. Eben verkaufen gehen. Dann ab in die Wüste zu dem Feuer. Feuerelement holen. Das kennen wir ja schon. Dann auch ein Autogramm von mir. So. Jetzt haben wir alles so gefunden. 19. Dann haben wir 15. 20. Äh, können weg. So. Ich dachte schon. Ach. 94. Äh. Auch nicht. Nö, können alles weg. Das wird verkaufen. Mah, wir lernen von mir. Was haben wir? So. Alles weg. Hm. Hm. Der noch. Jo. Hm. Was besonderes? Nee, ne. Eigentlich nicht. Äh, tränke ein paar. Wäre wieder nicht schlecht. Ach. Guck mal da. Da hat er noch ein paar. Komm. Komm, mein Meister. Guck. 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 dahinten Kriegsraum, Stauber Zwergenstall Zwergenstall Machen wir den jetzt mal ein bisschen Da ist er Das ist glaube ich nicht ganz verkehrt Das ist mal zu machen Mörderin hat damals schon ziemlich hoch Das ist ja fast Instant Hab ich so noch nie benutzt Probier mal aus Achso, jetzt haben wir das ja fertig Ja, jetzt können wir Das nächste Elementor Ja, mach schon dezent mehr Schaden Ich muss eben noch mal gucken Da ist er doch Warum alle mitnehmen? Schade um Schießpulver Ja, schade um Schießpulver So, da sind wir Wieder hier Den Weg haben wir schon einmal gelaufen Sind wir schon einmal gelaufen? Sorry Okay Alter, äh, müssen wir mal wieder runter. Ach, da ist ein Händler. Ich brauch wohl Tränke. Nix liegen lassen, Mann. Oh, der war schön aus. Aber bringt nix. 150, ich hab 130. Bewegungstempo minus 9,58%. Ne, lass mal. Ein paar Tränke kaufen. Wer hat der nicht, hat der nicht? Mann, 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 Mann. Egal. So, weiter geht's. Ja, jetzt geht's. Mhm. Mhm. Wir haben auch noch Händler. Mal gucken. Mal eben abklappern. Ein paar Tränke mitnehmen. Aber das alles, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Serquets. Bis dahin, tschö mit Öl.